Musik 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 Ich würde mal sagen Maracanã in klein, so hat man mir den Tivoli geschrieben, das ist dem auch völlig gerecht gewesen. Also ich würde sagen, das war Fußballkarneval vom Feinsten. Sensationell. Musik Dieses Stadion, das passt, die englische Atmosphäre, dass man fast die Zuschauer berühren kann. Das passt zu mir, das passt zu Erik Mayer. Musik Musik Am Tivoli ist 90 Minuten Gas. Wenn man durch den Tivoli kommt und man spielt am Tivoli, dann muss man einfach gewinnen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020